Das ist eigentlich ein Unfall, dass England so mein Schwerpunktthema ist, weil ich habe angefangen in meinem Studium mit Englisch als Hauptfach, also eigentlich mit moderner, zeitgenössischer englischer Literatur als Hauptfach. Und da wurde ich gezwungen, englische Medievistik, also die mittelalterliche englische Sprache und Literatur als erstes Nebenfach zu studieren. Und ich bin da also ganz schicksalergeben in die erste Einführungsveranstaltung gegangen und das hat mich von der ersten Sekunde an so gepackt, dass ich das bei der ersten sich bietenden Gelegenheit umgedreht habe und habe die englische Medievistik zu meinem Hauptfach gemacht. Das heißt, als ich dann anfing, historische Romane zu schreiben, war England das, wo ich mich am besten auskannte und wo ich schon am meisten drüber wusste. Und dann war es einfach naheliegend, darüber auch zu schreiben. Also es gibt ganz viele kritische Leserinnen und Leser und Hörerinnen und Hörer, die ganz genau aufpassen. Und wenn ihnen irgendwas vielleicht ein bisschen unglaubwürdig erscheint oder unwahrscheinlich, die das auch nachrecherchieren. Und darüber gibt es auch oft einen ziemlich regen Austausch. Irgendwo in einem meiner Romane kommt eine Kastanie vor im 14. Jahrhundert. Und da hat mir dann eine Dame geschrieben, dass die Kastanie wohl erst im 16. Jahrhundert aus Indien gekommen ist. Ja, gut, okay. Hätte ich mal Buche geschrieben. Es gibt Augenblicke, wo ich mir wünsche, ich könnte mal wieder über ganz normale Leute schreiben, die solche Dinge tun wie Autofahren und Kaffee trinken und Strom aus der Steckdose bekommen. Es ist schon manchmal ein bisschen mühsam, wenn man jedes kleine Alltagsdetail recherchieren muss und sich auch immer wieder in diese völlig fremden Psychen reinfühlen und reinwühlen muss. Da kommt dann schon manchmal so für so ein paar Sekunden die Sehnsucht, ach, ich möchte mal wieder einen Krimi schreiben, der in der Gegenwart spielt. Aber das ist auch ganz schnell dann immer wieder vorbei, weil meine eigene Faszination mit dem Mittelalter oder mit der Vergangenheit überhaupt eigentlich immer noch weiter zunimmt, je mehr ich mich damit beschäftige. Ich kann mich sehr gut daran erinnern, als Hörbuch zum ersten Mal ein Thema wurde, weil ich bin ja schon wahnsinnig lange bei meinem Verlag, schon seit 1995 und erinnere mich also an die Entstehungsgeschichte von diesem ganzen Hörprogramm. Also als ich als Autorin anfing, gab es das alles noch nicht und dann habe ich so diesen Aufbau miterlebt und ja auch so ein bisschen die Goldgräberzeit im Hörbuchbereich und ich habe mir immer gewünscht, dass auch von einem meiner Bücher mal ein Hörbuch gemacht würde und als dann irgendwann soweit war und der Verlag gesagt hat, jetzt machen wir auch mal ein Hörbuch und das war dann auch gleich eine inszenierte Lesung mit einer eigens komponierten Musik. Da war ich hin und weg. Also ich habe immer gerne schon als Kind schon Hörspiel-Schallplatten gehört und war also eigentlich immer schon so ein Audio-Freak und da habe ich mich sehr gefreut. Ich war von der ersten Sekunde an begeistert von Detlef Bierstedt. Ich habe ihn auch selber mit ausgesucht und habe ihn nicht ausgesucht, weil er die Synchronstimme von George Clooney ist, sondern ich habe halt von verschiedenen Leuten Hörproben bekommen und habe gedacht, ja das könnte genau der richtige Mann für meine Art von Romanen sein und das hat sich absolut bestätigt und bewährt. Ich finde, dass er wirklich eine außergewöhnliche Gabe hat, Figuren eine eigene Stimme zu verleihen, ohne das zu dick aufzutragen. Die Musik spielt eine besondere Rolle, ganz besonders bei der Warringham-Reihe, weil es ja auch ein musikalisches Warringham-Motiv gibt, vom ersten Hörbuch an, vom Lächeln der Fortuna an, das immer wieder in Variation in den Hörbüchern wieder auftaucht und einzelne Figuren haben unter Umständen auch ihr eigenes Motiv und ich finde, dass das enorm zur Atmosphäre beiträgt. Gänsehaut auf Recherchereise kommt relativ häufig vor, weil ich Recherchereise hauptsächlich mache, um mich mit Orten vertraut zu machen. Aber ganz besonders extrem war es vielleicht, als ich in Payton Sea war, wo Wilhelm der Eroberer gelandet ist und da ist ja ziemlich viel Strand, so ein körniger Kiesstrand und es gibt ja diese berühmte Szene, die sich tatsächlich zugetragen hat, dass er von Bord gesprungen ist, als er in England gelandet ist und ist hingefallen und hat dann gesagt, ich habe England mit meinen beiden Händen in Besitz genommen und hat so diese Hände voll Kies in die Höhe gehalten und als ich diesen Kiesstrand gesehen habe, da war es mit Gänsehaut nicht getan, da sind mir also schon fast so ein bisschen die Tränen gekommen, weil ich das ergreifend fand, das zu sehen. Kürzungen sind natürlich ein problematisches Thema für Autoren, ist klar. Wir haben uns ja jedes Wort mühsam abgerungen, dann hat man das ja nicht so gern, wenn 50 Prozent oder so wieder rausfliegen. Ich habe das Glück, dass wir einen ganz hervorragenden Kürzer für meine Hörbücher haben, mit dem ich jetzt auch schon seit vielen, vielen Jahren zusammenarbeite, der das, wie ich finde, großartig macht. Das, was bei den Kürzungen am meisten verloren geht, ist die Tiefe der Figuren. Die Figuren verflachen zwangsläufig durch Kürzungen und wenn dann so ein großartiger Sprecher wie beispielsweise Detlef Bierstedt diese gekürzte Fassung vorliest, dann gibt er den Figuren wieder ganz viel zurück von ihrer Tiefe und ihrem Charakter und ja, das finde ich fantastisch. Ein noch unerfüllter Traum wäre mal eine Zeitreise ins Mittelalter. Dafür müsste dann aber doch leider erst noch die Zeitmaschine erfunden werden und ich bin ein bisschen skeptisch, dass das in meiner Lebensspanne noch stattfindet.